Ich muss wieder was essen. Kiste. Die sind aber überall fackeln. Die sind auch überall fackeln. Siehst du, Jerry und ich waren schon hier. Ja, aber dann habt ihr die eine Kiste übersehen. Wir sind zwei Diamanten. Dann machen wir anscheinend nur da oben noch nicht. Dann müssen wir da hingehen, wo keine fackeln sind. Aber ihr wart hier. Wir sind überall fackeln geplaced. Ja, in den meisten Bereichen waren wir. Da unten waren wir nicht, weil wir noch nicht den anderen Eingang genommen haben in die Festung. Wir sind von einem Eingang und haben die dann von da aus komplett abgesucht. Aber noch nicht mehr gemacht. Was geht? Komm her. Da hinten ist noch eine Festung. Es geht da hinten vor. Ah, da ist eine fackelige Pläste. Warte da. Hä, heftig. Warte, die geht auch nicht. Alter, wie viele von diesen Lohen die schon gekillt habt. Die lassen einfach keine Lohenroute fallen. Immer nur Glowstone lassen die frei. Ja, warte nicht. Ja, warte wohl. Wir waren in vielen Bereichen schon. In einem Bereich war es so kritisch, dass wir direkt zurückgelaufen sind, weil es einfach zu heftig wurde. Ja, hier ist eine Kiste und hier ist noch relativ dunkel, aber sie ist leer. Ja, verschwinde ruhig nach oben. Guck mal, das ist übel, oder? Bei mir. Ja, es geht einfach so krass hier runter. Hat sich einfach die Festung nicht weitergebaut an der Stelle. Wo ist der Lohnspaar? Jetzt auch einfach nur abwärts und das war's. Hä, lol, was ist das? Ist das ein Bug? Ja, Mann, guck mal, das ist ein Bug. No, ey. Ist doch bloß nichts Falsches. Oh mein Gott, wie schnell fließt Lava denn im Nether? Oh, ich war fast untergefallen. Lava fließt ja voll schnell im Nether. Krasser Scheiß. Ja, Mann, Lava ist echt doppelt oder sogar dreifach so schnell im Nether. Habe ich, wenn ich ehrlich bin, noch nie so drauf geachtet, dass die Lava so schnell hier ist. Alter, ich bin schon voll weit gelaufen. Oh, ich wurde gerillert. Aber wenn da Lava ist, das heißt ja, da muss da drüber auch irgendwas sein. Alter, ich bin schon voll weit weg, Mann. Das heißt ja, hier drüber muss so ein Lava-Brunnen sein. Ja, aber wie weit ist deren Range? Ich habe so unnormal viel Hunger hier unten im Nether. Das ist echt nicht mehr normal. Ja, Mann. Ja, Mann, endlich mal eine Lohnroute. Das hat aber auch lange genug gedauert. Der ist ein Feuerzeug in der Truhe. Ja, ich habe auch eins. Was? Echt? Hm. Was geht ab, ihr Schweine? Hier sind mega viele Fackeln. Auf jeden Fall finden wir zurück. Das kann halt nur seine Zeit dauern. Hier habe ich drei Fackeln geplaced. Das heißt, ich bin von da oben gekommen eben. Aha. Ich habe durch Zufall den Raum wiedergefunden. Warum ist da ein Loch drin? Das habe ich, glaube ich, mal gewuddelt. Und hier auch. Oh mein Gott. Besser, wenn das zu ist. Das ist besser für uns alle. Für unser aller Leben. Sollen wir mal zurück gehen? Ja, kann man gerne machen. Ich muss halt mit dem Zufall. Zombie Pigman. Und wo bist du? Ich weiß es. Ich sehe dich auch gar nicht mehr. Du bist noch in der Netherfest-Dom? Ja, ich habe wieder was gefunden von der Netherfest-Dom. Ach, du bist von der Fest-Dom gerusht? Ich bin da irgendwo, wo ihr nicht wart. Oh. Jetzt habe ich ein Problem. Eine Lohren, zwei Lohren und ein Wizard. Skelett. Oh. Mach keinen Scheiß. Ja, ich sterbe. Nein, Mann. Oh, ich gehe kaputt. Nein, Mann. Habst du überlegt? Ich bin gut. Okay, ich weiß, wo ich bin. Okay, ich weiß doch nicht, wo ich bin. So, wie ist das Kling? Ah, hier bin ich. Kill? Ich bin wieder zurück. Echt? Ja, ich weiß, wo ich bin. Ich gucke auch mal wieder, ob ich wieder zurückkomme, wo ich gerade hergekommen bin. Ich achte immer nicht so auf den Weg. Ich laufe immer einfach. Hey, Digi. Was geht denn ab bei dir? Ich gucke immer wieder in die selben Kisten. Ich weiß auch nicht warum. Ey, ihr habt euch hochgebaut. Du hast einen Rückweg wieder gefunden. Ich habe mich schon wieder... Hey, das ist klar. Ihr habt euch auf jeden Fall hochgebaut. Das sieht man. Überall Fackeln. Oh, ich bin wieder da. Hier ist der Lava-Brunn. Äh... Ja, da sind Fackeln. Ich weiß nicht. Ich kenne jetzt von hier aus den Weg jetzt nicht wirklich. Da sind Fackeln. Fackeln. Ich weiß nicht mehr, wo ich hergekommen bin, weil ich die Fackeln nicht mehr wieder finde. Weil die einfach überall Fackeln sind. Ich kenne hier mit drei Herzen durchgegeben. Jetzt bin ich wieder im Anfangsraum. Muss ich hier hoch? Könnte sein. Muss aber nicht. Ich glaube, das war falsch. Ey, ich habe keinen Plan. Scheiße, Digi. Ich finde gar nicht mehr aus der Festung raus. Das habe ich schon längst, aber ich weiß nicht, von wo es hier weitergeht. Man kann nur eurem Fackeln folgen. Aber ich habe es wieder gefunden. Selbstmacht. Fuck, dann sagen wir nichts. Ich weiß nicht, wo ich bin, ne? Hier habe ich mich durchgebaut. Glaube ich. Nein, habe ich definitiv nicht. Ich bin wieder irgendwo... Ah, ne, hier warst du eben. Wo, wo, wo... Ist ein Wunder. Ich habe zurückgefunden. Ich gehe ja hier durch. Glaube ich. Und irgendwie von da oben sind wir gekommen. Ja, genau. Von hier oben sind wir irgendwo gekommen. Boah ey. Jetzt muss ich mich erstmal wieder hochbauen. Oh mein Gott. Ich muss ja komplett... Irgendwann... Ich weiß nicht wohin. Oh nein. Ich muss hier schnell durch. Lass mich in... Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ein Gast. Nein. Die lohen, die nerven richtig. Die lohen. Ja, die sind ätzend. Warte mal, da sind oben tausende von Fackeln. Wieso sind hier tausende von Fackeln? Weil hier ein Pfeil ist. Leute, was macht der Gast da unten? Der dreht sich einfach. Instantly. Hast du den Pfeil gemacht? Äh, Pfeil? Aus Fackeln? Ja, den habe ich gemacht. Der führt dahin, ähm, zurück, wo unser Portal ist. Ja, da habe ich ihn gefreut. Ach guck mal, hier ist sogar sogar... Gleich auch da. Ja, wow, sehr... Alter. Was ist passiert? Sackgasse, die Gebäude. Sackgasse. Aber hier geht's hoch. Da war irgendwo so ein kleiner Gang. Ich erinnere mich, ich muss mich selber nicht mehr genau. Ich bin da. Ich warte auf dich hier. Boah, ich hab's geschafft. Jetzt kommt der riskanteste Bereich. Jetzt kommt der riskanteste Bereich. Schon mal nicht mehr. In die Richtung musste ich. Da hab ich mir erstmal ein Steak snacken, bevor da was anderes passiert. Kartoffel hinterher und da ist der Gast und sieht mich. Oh mein Gott. Ach, da ist unsere Base auf jeden Fall. Und da ist ein Enderman, der mich schon anlächelt. Ich mach mal eben ein Loch hier rein, damit ich reinkomm. Ich bin schon weg. Wupp. Boah, dass wir die Base mit Coppelstone verkleidet haben. Das hätt ich dir gerade nicht gesehen. Hau mal jetzt, ey. Willst du Glowstone haben? Ne, noch nicht. Noch nicht? Mach halt du das erstmal. Okay. Ist Glowstone heller als eine Fackel? Musst du austesten, ich denke ja. Gute Frage, ne? Äh, ja. Quarz und... Ich hab zwei Lohrenstampel. Zwei Lohrenrouten. Echt? Hm. Fett. Komm zu. Ja, komm einfach zu deiner Basis und... Ähm. Guck mal. Allein was da beleuchtet ist links und was da beleuchtet ist rechts. Glowstone ist wesentlich heller. Komm, bitte zurück. Ich geb dir den ganzen Stuff. Ich brauch den ja nicht. Ja, ich komme. So, danke. Warte, danke. So, danke. Achso, danke. Achso, danke. Achso, danke. Achso, danke. Achso, danke. Was ist das? Gasträne kann zum Brauen von Tränken verwendet werden. So, es ist an der Zeit, dass ich mich in den Keller verpisse. Und endlich das mache, wofür ich geboren wurde. Pilze züchten. Ja, das verstehe ich nicht. Guck mal, diese beiden Erddinger hier. Die werden einfach nicht zu dem Mützel. Siehst du das? Ich hab die schon einmal weggemacht und neu gesetzt. Ausgerechnet diese beiden. Vielleicht haben die auch nur so einen Radius. Wie viel du da hast. Keine Ahnung. Oh, das ist voll strange, so. Was? Ich dachte, das wäre ein voller Riesen-Zombie. Meine Güte. Autsch. So, Nidakua. Oh Mann, ey. Ich könnte heulen. Ich würde zurück zu meinem Haus. Ich weiß nicht, ob ich da noch so Zäune machen soll, ey. So Zäune? Als Geländer oder was? Nicht als Geländer, aber halt als, äh, so gesehen als Gestell von meiner, von meinem Balkon. Ja. Ja. Könntest du machen. Aber ich würde erst Stämme machen als Gestell für deinen Balkon. Ja, hab ich ja Stämme. So, weil du grad Zäune sagtest. Ja, ich würde das halt nur so ein bisschen verschönern. So. Das ist auch wieder lohnenswert. Das ganze Quart so abzubauen. Hier nochmal aufbauen. Mit der Glücksspitzhacke abbauen. Kriegst du viel mehr wieder raus. Wieder eine Glücksspitzhacke. Bleibt immer hier unten. Ja, was passiert. Was mach ich mir aus dem ganzen Quart jetzt? Eigentlich brauche ich das für nichts anderes. Das kann man aber immer gebrauchen, ne? Also mach ich die schönen Quarzsäulen raus. Quarzsäulenblöcke. Äh, dafür brauche ich erstmal Quarz, ne? Ha! So, das muss ich mir jetzt, ja, das geht's doch nicht. Das sind echt nervig. Wo ist die Brücke da hinten drüber? Wo ist die Brücke da hinten drüber? Ja, das ist echt nervig, man. Quarz, 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 Quarz. Da ist Quarz. Mann. Verrottes Fleisch macht die weg. Neserziegel. Neserstein. Ich hab auch ne kleine Idee mit Neserstein auf jeden Fall. Ach, da muss ich wieder einen tiefer füllen. Warte, fuck, krieg man da viel raus, hätt ich echt nicht gedacht. uberOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOW lijst du fünf Meter Guxtelang? tester, die wird in der Lykitload. Warte, derchoex Kieper hält mich erstmal fünf Meter in die Luft. katapultiert das ist auch ein Arschloch man Realer Creeper ja jetzt muss ich Erde wohnen da ein bisschen was gerade machen da hin da hin da hin der auch wieder weg, das sieht in den Ecken auf jeden Fall besser aus ihr blöder Enderman Mann Ahoi Nummer 2 da müsste ich glaube ich einmal drüber gehen jetzt mach dich, Alter dieser Kack Enderman, der meint richtig ernst hau ihn um ach so, das ja ich weiß nicht, was du für Schwerte hast ja so, der ist down das ist echt, ey jetzt brauch ich mal einen Feuerstein Feuerzeug, eher gesagt was der hab ich hast doch eins mitgenommen, oder nicht? nein, ich hab das ja liegen lassen ah, ich hab eins ich hab eins egal, ich mach nur eben eins Quarz, immer noch Quarz dabei dass ich da verstauen kann dann kann ich gleich neue Kisten anlegen für neue Itels, von denen ich bisher nicht viel hatte noch mehr Kisten 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 Chaos pur so, Feuerzeug wie geht das denn? was denn? ich hab einen Gras Grasblock abgebaut wie geht das denn? äh, du hast dir vom Enderman genommen okay, das ist Glück den kann man behalten ja ich kann auch Grasblöcke mit Behutsamkeit abbauen ja, es ist gut wieso hab ich es ja geschafft mir dieses Mülzel hier rüber zu transportieren Mülzel Mülzel ja, Mülzel erkennt sich besonders gut um Pilze darauf zu züchten da zue ich eine Brücke hier endlich ich hab hier mal eine eingeladen Feuerstelle ich muss jetzt erstmal Arsch viel Holz abbauen guck, mein Haus brennt nein, natürlich nicht ich muss sofort löschen, bevor irgendwas passiert ich brem mir noch die ganze Holzhütte hier ab das wäre ärgerlich oh, ich hatte sogar noch ein Feuerzeug hier drin hab ich doch gesagt hast du es da reingetan? nein, hab ich nicht bist du? warst du doch ich hab mein eigenes noch okay mein... das ist eine Spende hab ich mich jetzt erschrocken geh weg Lohnstaub sechs Lohnstaub hab ich am Start auf jeden Fall nice 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 baby neue Kisten kann ich jetzt nennen boah ey was sind denn was wir mit den spinnlust die schleudern mich richtig echt echt ja ich guck, da hab ich Ziegelstein da kann ich ja so ein Messerziegel erstmal einlagern bisschen was ich hab was ist eigentlich der andere und welcher andere der volum was macht er nicht mit dem zocken ich habe keine ahnung was er macht ich bin gespannt ob er morgen schreibt im spiel wenn ich es selber schuld ich frage mich ich bin gespannt ob es ist